Fünf Jahre Kulturweit bedeutet für mich, tolle Erfahrungen gesammelt zu haben, selber im Ausland gewesen zu sein, neue Menschen kennengelernt zu haben und als Kulturvermittler tätig gewesen zu sein. Ich finde es eine große Chance für alle, die Lust drauf haben und können viel lernen und viele tolle Erfahrungen machen.